wow 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 oh guck mal guck mal also ich treib mich lieber hier mit dem hier rum ja das ist ja wieder typisch du gehst lieber zu den knochen- oh die Zeit du gehst lieber zu den knochen- oh die Zeit und ich zu den niedlichen Dinger ne ist klar ey nicht das hier ist von jetzt ganz wagen vorsichtig das explodiert aber nein ich hab auch nichts verloren doch wir haben ja nur noch ein Leben und so ja eben ist eigentlich ich eh grad möchte gerne geguckt oh ja wir gucken mal was bist du denn für fettmanns ey Vorsicht oder sagen die Laterne da oben Vorsicht ach ist schon die kann man nicht ach doch die sind so gestunnt aber die kommt wieder hallo 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 wir schießen euch ab hallo schön warm hier ja echt mal die oh Gott da oben der mit der der rot ist ja niedlich oh 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 ich bin voll drauf eingefallen ja ja dann äh guck mal so ich gewinn dann das Vorsicht Vorsicht und Laterne unten die musst du treffen dann hört sie auf easy 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 sagt er ist gleich tot das zieht dir was ab das weißt du schon ja boah ist gemein aber an sich nicht also so das System an sich ist nicht schwierig bis jetzt für dich also da gab es in den ersten Leveln echt schwierige die sollten jetzt nicht übertreiben und überschwänglich werden nur weil wir ein Level geschafft haben in tatsächlich 20 Minuten oder sowas nein aber ich meine jetzt so vom Design her war das jetzt nicht nee das sieht eigentlich schaffbar aus am ekligste sind wahrscheinlich noch die Laternen weil weil die nicht muss man nur treffen ja weil weil ja eben aber weil die vor allem auch nur gestunnt sind und halt nicht auf ewig den Geist aufgeben nein also nee er hätte sein können ok ich wollte grad sagen ich wäre ein bisschen erbost gewesen worüber wenn du auch das letzte Item noch bekommen hättest habe ich nicht bekommen nein das habe ich bekommen warum habe ich jetzt einen blöden Schuss das hätte ich nicht einsammeln sollen super wie doof dass das zweite auch noch angeschossen werden muss damit es kaputt geht ja ist ja total realistisch warum kann man hier nicht so viel runterfallen also klar kann man hier runterfallen verdammt 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 nein 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 immer auf dich war so klar so Vorsicht laser Augen ja 1 2 3 4 ja wir müssen einfach durch ganz schnell ja hat ja gut geklappt ja am besten slidet man da einfach lang aber wenn man zu zweit ist dann behindert man sich ja auch ja man kann auch irgendwo mal Leben verlieren ich habe auf die Laterne geachtet so kaputt machen bin da mal durchgerutscht ne oh ist ne Laterne du bist jetzt oh geh nicht an Laterne bleib mal weg oh Laterne Vorsicht hier rüber ich bin sehr quetscht nein tust du den ich will versungen den hätten wir von hier unten erstmal abschießen müssen die Nase stimmt das hätte man auch machen können oh ich bin so dumm ich dachte reinlaufen ist die beste verteidigung zur sicherheit zur sicherheit nein nein ja egal so kein bock mehr hier so weg Aua nein oh fuck den hab ich gar nicht gesehen ich auch nicht Vorsicht dämlich oh Laterne wo 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 Oh. Äh, du. Guck mal, so gönnerisch kann man sein, ne? Ja, wir sind ja jetzt Pro-Gamer, wir halten zusammen. Määää, ein grabschendes Händchen, was war denn los? Iiiiii! Iiiii! Was bist du denn? Wow! Warte, ich stehe hier ganz gut. So. Ja, du standest da echt gut, ich nicht so. Die spucken doch auch wieder was aus, oder nicht, da... Ah, Iiiii! Iiiiiiiii! Ist das ein Wegenwitz? Einfach weiter, einfach weiter. Nicht einfach weiter, toll. Und schon bin ich tot von wegen einfach weiter. Nee, ich meine, die hätten unendlich lange weitergespuckt. Die konnte man, glaube ich, nicht kaputt machen. Weil die nehmen keinen Schaden. Lass mich in Ruhe. Geh kaputt. Okay, der Teil ist jetzt zum Beispiel wieder schwieriger. Okay, da kommt doch bestimmt... Da kommt doch bestimmt was von oben runter. Wo ist das? Wer bist du denn? Wer bist du? I, I, I ist der gemein. Den kann man nicht kaputt machen. Warte, bleib da. Und go. Go for it. Warum läufst du denn nicht? Hä? Achso. Jetzt hast du mich getötet. Entschuldigung. Okay, Mitte, wo wollen wir lang? Ich verstehe das. Mitte? Jetzt? Nein! Jetzt! Nein! Ich glaube, links ist besser. Komm mal rüber. Eins, zwei. Warte. Das wär's gewesen. Eins. Warte, jetzt kommen noch zwei. Eins. Zwei. Nein! Ey, voll intelligent, ey. Du sollst kacke. Nein! Ich komm nicht mehr weg. Ich bin gleich weg. Äh! Jetzt! Nein! Jetzt hier! Ja, ja, geh mal da hoch, dann seh ich das besser, wann da welche kommen. Und wann nicht. Den kann man nicht kaputt machen, das ist voll gemein. Ne, stimmt. So, ich komm jetzt. Ja. Pfff! Toll! Du hast auch kein Leben mehr, ne? Scheiße. Boah, wie weit geht denn das? Da musst du doch... Ach, von der Seite geht natürlich nur. Ja, ne, ist klar. Versuch mal jetzt den rechts abzuschießen, den. Oh Gott, der ist ja total kacke. Da kommt man nicht durch, das ist ja... Ah! Der Weg ist falsch. Okay, aber merken wir uns. Rechts rum. Wahrscheinlich hier rechts ist am besten. Okay. Äh, äh, äh. Du hast noch so eine Dingesbombe. Geht die nicht auch für diese Skelettdinger? Der ist aber bescheuert. Ja, du stirbst sowieso. Wie er es nicht versuchen möchte, ne? Das ist ein Rat von jemandem, äh, wo er den nicht anmöcht... Nee, möchte. Das ist, äh, nicht sehr schlau. Ja, so, jetzt, jetzt. Ach, ach. Das waren zwei. Das sind ja zwei, äh. Ja. Sehr gut. Toll, jetzt musst du links rü... Links. Ja. Naja, das ist ja nicht so wild. Zur Not kann sie rutschen. Ja, äh... Schaffst du sicher nicht. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab nichts gesagt. Super. Oh, hä? Du hast ein Wuffi. Du bist so besiegbar. Du hast ein Wuffi. Was ist das? Was ist ein Wuffi? Was soll ist das? Wie gut ist das? Den haben wir schon mal gehabt. Nein, haben wir? Ich kann mich nicht erinnern, das ist Ewigkeiten her. Wie top war das denn bitte? Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß. Konzentrier dich. Was ist das? Oh. Das ist aber ganz schön eklig hier. Oh, fuck it, ey. Ey, toll, jetzt bist du gleich beim Endgegner. Ja, ich will ja nur sehen, wo der ist. Hier, nochmal super Abilities. Rechts, rechts, rechts. We can do it. Ja, also vor allem erst ein Teil am besten gar kein Leben verlieren. Das ist für mich natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, was wir ja beide wissen. Aber trotzdem werde ich mir Mühe geben. Ey, wie er gerade nicht geschossen hat. Was ist gerade los? Wir gehen einfach mal langsam und gezielt davor, oder? Vorsicht. So ein bisschen Rückendeckung, ne? Ist vielleicht auch mal ganz schlau. Ja. Und bis jetzt sehr viel Konzentration. Egal. Muss auch mal sein. Voll ausgewichen hier. Total. Super duper. Achtung. Ich glaube hier unten würden sie einen... Doch, die schießen so weit. Ja, danke. Du bist so eine kleine Drecksaube. Ja, ich wusste nicht, dass es passiert. Du bist so gemein. Ich hänge an dir fest. Was ist da los? Ja, lass das mal. Ja, lass das mal. Lass das doch. Boah, selber schuld. Jetzt habe ich die Gesundheit gegessen. Das ist nicht hilfreich. Das ist nicht hilfreich. Mir egal. Ei, 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 ei. Oh, die Flammen, wenn die diese grünen Dinger hat, die kannst du auch abschießen. Ja? Hm. Ach, das Shit. Da kann man nicht durchschießen. Das ist Kacke. Ach, Shit. Nee, nee. Wie soll das denn gehen? Was, was das geht. Das muss sehr schnell sein. So. Geht auch. Der ist unglaublich nervig. Zeitraum. Das ist gar nicht, was du meinst. Ja, aber ich glaube, zeittechnisch hatten wir noch nie wirklich Probleme. Insofern... Ja, aber wir arbeiten ja auf einen großen Score hin, deswegen. Ach so, natürlich. Hatte ich ganz weit hergessen. Das ist ja herrlich. Was soll denn die Kacke hier? Das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Mir doch egal. Ich sterb doch sowieso gleich wieder. Kann ja auch meine Superbomben aufbrauchen hier. Okay, man kann sich vielleicht auch nicht abschieben. Was? Wieso tust du das? Hä? Wieso schubst du mich? Entschuldigung. Und wieso frisst du das jetzt? Obwohl ich nur ein Leben weniger habe als du, du Arsch. Ja, weil ich besser bin. Egal. Das war aber ein stichhaltiger Grund. Ha. Siehst du, da fassel. Deswegen habe ich das gemacht. Damit du mehr kriegst. Die bessere. Oh, diese komischen Krabbschähähnchen. Ja, die erinnern mich hier irgendwie. Wo kommen die her? Hier. Nee, das war ein Fuß. Das war ein Fuß, der sich bewegt. Hier von Adams Family, oder? Nee, das war eiskaltes Händchen. Das ist schon richtig. Nee, das war doch ein Fuß. Das war definitiv eine Hand. Eiskaltes Händchen. Ich weiß es genau. Okay. Die erinnern mich eher an die Hände, die bei Zelda von oben runterfallen. Damit kenne ich die nicht aus. Die sich dann zum Anfang des Dungeons wieder zurücktragen. Ja, du kennst sowas nicht, weil du halt kein richtiger Gamer bist. Wie gemein. Kann man die nicht vorher schon nach oben irgendwie kaputt schießen? Nein, kann man nicht. Die kommen ja mal wieder. Was ist das denn für ein Dreck? Ah, nimm. So, nimm er. Oh Gott. Ah, jetzt sind wir hier schon. Okay. Aber ich habe noch ein Leben. Ganz rechts, gleich rechts, denke ich mal, ne? Die ganze Zeit. Oh Gott. Ernsthaft. Das war ein bisschen doof, dass ich an dem... Man muss direkt dran stehen, oder was, an ihm? Hä? Kannst du mich verarschen? Warum treffe ich den nicht? Warte, ich komme. Panik schießen. Jetzt. Ich trau mich nicht. Immer noch. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Anni, jetzt müssen wir... Jetzt geht nicht. Jetzt müssen wir links kurz. Jetzt müssen wir kurz links. Ja, aber ganz, ganz links? Ne, ist eigentlich... Du standst im Weg zurück. Ganz, ganz links ist besser, weil ich das Gefühl habe, da kommen kurz weniger Bomben. Aber erst mal den hier irgendwie weg, Mann. Komm. Ich habe keine Ahnung, wie man die wegkriegt, irgendwie. Das ist ja ganz komisch. Wie ich immer hinfalle. Oder wala, wala. Okay. Nur zur Info, mein Kater ist wach. Hallo, Lemmy. Als Info für die Zuschauer. Ich habe seit neuestem eine Katze, eine männliche Katze, einen Kater. Und so lustig alle Welt, denen ich das erzähle, sagen so, ja, wieder zu lange gestern gefeiert. Ich so, nein. Er schnurrt und ist anstrengend. Ja, was? Ah ja, klar. War doch klar. War doch klar. So. Tschüss. Wie es nicht geht. Wie es nicht geht. Wie ich nicht schräg schießen kann. Was soll das? Schreckt sich auf. Pass auf. Jetzt gibt es wieder Belohnung hier. Hä? Tschüss. Hier gab es doch Belohnung, oder nicht? Wo denn? Hier gab es doch die Katze. Ich drücke nicht. Ich bin tot. Ich weiß nicht. Musstest du vielleicht einen Score erreichen, oder so? Oder warst du alleine? Vielleicht war es auch deswegen. Doch, da. Hier, zweimal killen. Kamin, hätte ich fast gesagt. Komm, gib den Hund. Gib den Hund! Gib den Hund! Schreckst du nicht. So. Jetzt zeig mir mal deinen Skill. Oh, ich springe. Doch. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Was machst du ganz vermust? Oh, Händchen. Eiskaltes Händchen. Komm, wie der tippselt da, ne? Ja, komm her. Grabschen, der will dich grabschen. Ja, komm her, komm her, komm her. So, mach der. Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm her, komm her, komm her. Was hast du jetzt gemacht? Was hast du jetzt gemacht, Lemmy? Was hast du getan? Oh, Gott. So. Das hat mich leicht irritiert. Das hat plötzlich einer ballert. Also, ich will ja nicht sagen, du hast noch zwei Herzen und da kommst du niemals durch. Und jetzt kommen schon wieder Händchen. Schraps, 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 schraps. Durchrutschen. Und go. Das war der ultimative Tipp. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Okay, okay, okay. Du hast ein halbes Herz. Ich mach keinen Druck, ne, aber du hast... Oh. Nix zu fressen drin. Scheiße. Go for it. Go for it. Nein! Aber du hast ja noch ein Leben. Was, was reg ich mich auf? Was ist das? 1000 Punkte. Ah, ist doch... Siehst du, der Endgegner. Vier Herzen. You can do it. Da- Oh. Dracula. Dein Freund, der schwarze Mantel, hat mir was erzählt. Ich könnte dich für meine Experimente gebrauchen. Schwul. Wenn ich dich... Ketchup. Ketchup. Oh, böse, böse. What? What? Ist das gemein? Ist das fies? Why are you kidding me? Das schaffen wir niemals. Das schaffen wir niemals. Grenzst du da an Tohu, dieses Spiel? Ja, aber ernsthaft. Hä? Are you kidding me? Das ist voll gemein. Niemals. Geh mal auf. Geh mal auf. Ich will nicht mehr. Ich will dieses Spiel... Ach, Gott. Nein. Das sieht nicht scharf aus. Ach, du heilige. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Und Zuschauerinnen und andere Varietäten. So, ja, ähm, ähm, das, äh, wow. Also, man hat Schaden genommen, da waren dann diese Stufen, sind kurz zu schwarzen Löchern geworden, wo man Schaden nimmt, wenn man draufsteht. Dann diese komischen weißen Fledermäuse. Elektromäuse. Ja, also, das war, äh, schwierig. Ja, fand ich auch. Also, ganz besonders der Teil, wo ich dann darüber gelaufen bin, das war schon echt schwer. Den Endgegner eben, den haben wir total easy besiegt, weil wir, weil wir hatten irgendwie vier Bomben oder so. Das heißt, diese Spezialbomben, diese Spezialfähigkeiten, die dürfen wir bis zum Ende, wir dürfen die nicht aufbrauchen. Das ist so wahnsinnig. Wir brauchen so mindestens drei oder so. Du darfst sie nicht aufbrauchen. Ich komme doch eh nicht bis zum Ende. Ja, und da müssen wir eigentlich noch irgendwie ergründen, wie man diese komischen, äh, diese komischen Viecher irgendwie wegkriegt, die die irgendwie bei diesen Bomben da auf diesen, auf diesen Gemäuern sitzen. Weil die sind irgendwie ganz komisch mit ihren Haken, das ist ganz merkwürdig. Aber eigentlich, ich glaube, auch das Level ist schaffbar, theoretisch. Bis jetzt haben wir ja alles geschafft, was wir, wo wir gesagt haben, wir schaffen es nicht, ne? Ja, eben. Und das ist schon das fünfte, fünfte Level. Und ich bin sehr sicher, dass wir das bei der nächsten Aufnahme auf jeden Fall schaffen werden. Achso, wir nehmen jetzt nicht weiter auf. Achso. Nein. Ja, das war also Abschied. Ach, hab ich gar nicht gemerkt. Ja, das klang jetzt so, du schwingst hier die große Rede in einem Continued-Screen, deswegen hab ich gedacht, dass, äh, Entschuldigung, so bin ich manchmal. Nee, machen wir weiter, dann machen wir jetzt weiter. Machen wir, achso, machen wir weiter. Okay, machen wir weiter. So, liebe Zuschauer, das war, ne? Manch einer hat vielleicht gedacht, der kann das Video schon beenden. Nein, es geht leider, leider weiter. Es tut uns sehr, sehr leid. Aber es gibt, glaube ich, nur sechs Level, ne? Ja, also ich sehe noch eine Sechs. Und da ist ja der schwarze Mann, der hat gesagt, wie, selbst diese Fortress wird euer Grab sein. Ja, Stefan, wir können ja mal über die, äh, neue Besetzung vom Dschungelcamp reden. Die ich gar nicht kenne, so null. Wie? Wir haben doch letztens schon drüber geredet. Ja, aber, ja, du hast mir da was Neues bekannt. Ich, ich habe mich überhaupt nicht informiert. Ich schaue RTL nur zum Dschungelcamp. Man kennt sie alle nicht. Alle nicht? Es ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Ach, die sind, ey, aber, achso, man kennt sie nicht, aber es sind schon, es ist schon von allen bekannt, die, die einziehen werden, oder was? Ich glaube, ziemlich, ja. Ja, das, äh, äh, finde ich, finde ich, äh, schade. Ich glaube, dass das nächste Dschungelcamp nicht amüsant wird. Ja, das Problem ist, dass das jetzt ja immer mehr Stars, mal in Anführungszeichen, halt auch wissen, dass sie da vorgeführt werden, mehr oder weniger. Und manch einer hat da vielleicht auch keinen Bock drauf von den Stars, in Anführungszeichen. Und dass die zwar dumm sind, aber nicht so dumm. Mich nähert das, dass man hier nicht durchschießen kann, dass du mich wegschiebst und dann jetzt Ja, ich wollte nicht, dass die Klappe, ja eben, ich wollte nicht, dass sie aktiviert wird. Du schießt einfach. Weil sie abschießen, Mensch. Das ging ja nicht. Ja, weil du, ach. Ne? Entschuldigung. Ja, also, Dschungelcamp, sehr empfehlenswert. So, siehst du, guck mal, nicht mal angegriffen, diesmal dich. Das ist ein grammatikalischer Satz, das war perfekt. So. Ja, ich hab noch mehr Leben, hast du? Und schon sag ich nicht mehr. Das ist unfassbar, was hier passiert. Ja, weil Konzentration erforderlich ist, ne? Liebe T-Shore, bitte schreibt uns ein Spiel, wo wir... Versagen. ...nicht so toll sind wie hier. Ja, das ist halt ein Spiel, das kann man eigentlich nicht let's playen, das ist eigentlich... Aber wir machen auch den zweiten Teil, genauso wie wir Secret of Mana 2 gemacht haben. Das müssen wir eigentlich echt nochmal machen, ne? Aber es guckt dann gar kein Schwein mehr. Auch nicht die kleinen süßen Schweinchen, die das hier gucken. Du nennst die Zuschauer kleine süße Schweinchen. Ja. Das finde ich sehr befremdlich. Würde sie auch lieber Schnabeltiere nennen, aber das kann ich ja nur auf meinem Kanal tun, das kann ich nicht bei dir machen. Oh, guck mal, ich hab den so geschossen, dass er jetzt zu dir kommt. Aua. Ich find's so geil, wie du da wegläufst und der Laser auf dich schießt. Super. Das klingt jetzt komisch, aber ich find das super, wie der Laser auf dich schießt. Also ich find das nicht so super. Wie er nichts tut. Wie er nichts tut. Wie uns stirbt. Was? Ich hab aber noch drei Leben. Ja, weil ich die Arbeit mache und für dich sterbe. Unglaublich ist das. Und der kickt mich weg hier. Das war ich nicht. Nein, der andere. Guck, ich hab nur ein Leben verloren. Kein Power-Up verbraucht. Ich hab nur alles. Toll. Perfekt. Ich hätte jetzt fast gesagt, kriegst dir doch einen drauf. Aber das mach ich natürlich nicht. Entschuldigung. Ja, ja, deswegen mach das gar nicht. Denk an die jüngeren Schweinchen. Ja, 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 ja. Diese Grabschehandschuhe wieder. An die kleinen Ferkel. Geht mir weg. Die sind aber total einfach eigentlich. So, hier. Die kann man nicht vorher irgendwie abschießen, ne? Nee. Aber die sind eigentlich... Man muss halt nur aufpassen. Ich will ein bisschen ausweichen. Es wäre auch schlimm, wenn du einfach mal mit weiterkommst. Das wäre auch ganz toll. Nee, aber die kommen ja sowieso einmal hinterher. Warum habe ich jetzt ein ganzes Leben verloren? Wie scheiße ist das denn? Das ist echt doof gewesen. Würde ich sagen. Das war deine Schuld. Nee, deswegen ist der Teil auch ein bisschen schwieriger. Ja, aber Dinge kommen immer wieder. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber einmal... Jetzt kommt da schon der Nächste wieder. Ach so, stimmt. Da kommt schon der Nächste. Ja. Das versteht der Herr nur wieder nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Toll. Ich krippiere hier gleich wieder. Aber aus einem anderen Grund. Ich habe nur zwei Leben jetzt verloren. Diesem kurzen Abschnitt. Eins. Zwei. Meins. Ach so. Nein, das war dumm. Kein Kommentar. Ach so, wir müssen jetzt kurz links... Das verstehe ich nicht. Das ist doch total bescheuert. Warum trifft man den denn nicht? Ich verstehe das auch nicht. Geh mal, geh mal und lass dich catchen. Wie er da mit seinem dicken Waschwerbauch rumläuft, ja, und sagt... Geh dich catchen. Erlege die Bestie für mich, gefällig. Sehr gut. Und jetzt sterbe ich gleich. Ich wusste... Ne. Los. Ne. Los. Ja, Hiebe. Ja. Wie er schon wieder mitten im Weg steht. Anstatt zur Seite zu gehen. Ah, ich habe ihn verstanden. Das war so dumm, das war so dumm. Ich versuche da ein Muster zu erkennen, aber ich erkenne keinen. Den kann man nur abschießen, wenn er hier mit seiner Hand zu unserer Seite zückt. Siehste? Aha. Aber man muss ihn dann auch noch da treffen. Super Sache. Also du stehst halt super behindert gerade. Ja, Entschuldigung. Rede doch mit mir. Okay, kann doch ganz weggehen, so. Mach doch da deinen komischen Spaß. Warum pickt er jetzt an diese... Oh, mir nur Latte. So, pick doch da rüber. Ah, Hilfe. Gott, ich kann... Ach nee, hier war ja falsch, ne? Scheiße. Du kannst halt nicht viel anfangen. Oh Gott. Toll, ich bin gefangen. Ja, wollen wir zurück, oder was? Toll, wie sind denn die da oben nicht weggegangen? Was ist denn das für Dreck? Ja, komm, ich sterbe ja eh, so. Also, ich bin oben. Oh, nein. Ja, dann geh ich schon mal, ne? Oh nein, wieso bist du denn jetzt da? Ich dachte, du landest bei mir. Was soll denn der Dreck? Du behinderst mich maximal schon wieder. Tut mir leid. Irgendwo. Tut mir leid. So, bin ich aber schon weg hier. Mach doch dein Ding alleine. Wird doch sowieso nix. Null leben. Es regt mich auf. Regt mich auf, wie die Geißen mich aufregt. Es regt mich auf, wie... Die Kälte mich momentan aufregt. Es regt mich auf, wie... Weiß ich nicht was. Wo kommt denn jetzt der Ding ins? Ja, du musst da den... Ah, da, das Feuer. Ach so. Kamin. Das Wort fiel mir mal. Wieder nicht ein. Kamin. Ein sehr schwieriges Wort. Sieht aus wie... Weiß ich nicht... Moses. Oder so. And he's dead in... Zwei. Zwei. Viel Spaß beim Zählen. Zweieinhalb? Ah ne. Geh, geh, rückwärts. Zweieinviertel? Oh, die sind fies, die blöden Hände. Oh, 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 oh. Jetzt hast du richtig viele. Oh, 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 oh. Ah! Oh. Kein Grund, mich anzuschreien. Ich habe diesmal nichts damit zu tun, dass du da gerade gestorben bist. Im zweiten Teil hast du mich ganz schön behindert, sonst hätten wir das eventuell geschafft. Ah, Lava, kein Mist. Lava, kein Mist. Oh Gott, wir machen jetzt noch eine Aufnahmepause, weil mich das Level jetzt ein bisschen nervt. Aber beim Nächsten Mal schaffen wir das ganz locker, weil wir waren ja auch schon beim Endgegner. Schreibt bitte in die Kommentare, was wir als nächstes spielen sollen. Pocky und Rocky 2. Nein. Ja, das Spiel ist schon ganz schön abartig schwer. Aber wir haben uns heute eigentlich sehr gut angestellt. Es ging los. Und ich muss nochmal sagen, es ist ja auch der schwierigste Schwierigkeitsgrad von allen Schwierigkeitsgraden, die es gibt und von allen Schwierigkeitsgraden, die es jemals geben wird. Und deswegen ist das ja auch gar nicht so leicht. Also es ist ja auch das schwierigste Spiel von allen Spielen, die es gibt und von allen Spielen, die jemals irgendwie released werden. Von daher, also ist schon verständlich. Okay, ich gehe jetzt wieder schlafen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.